Na, freust du dich schon auf Spinnen? Nein. Dachte ich mir. Da ist irgendetwas in dieser Höhle. Und es ist weder ein Regenbogen noch ein Einhorn. Ein Höhler wäre jetzt auch nicht schlecht. Okay, das hat mich erschreckt. Was ist denn da? Geh ruhig weiter, findest raus. Ach so, das Vieh. Nein, geduscht? Hier geht es jetzt wieder, dass ich damit was erleiden kann. Nice. Oh, das Trank. Turn on, the lights on. Was hast du mit dem Blatt gemacht? Habe ich keine Ahnung. Das war zu weit. Boah, ich liebe diese Pfeile. Ich glaube, bei den Pilzen werden wir in dem gesamten Kapitel einfach nur alles haben am Ende. Ich habe schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Ah, verdammt. Oh Gott. Dass du das überlebt hast. Halleluja. Ich hätte... Ich habe mir diese Riesenspinne an. Ich werde sterben. Da habe ich mir schon fast Pipi in die Hose gemacht hier. Brauchst du doch schon eine Windel. Ja, meine Inkontinenz und Hosen reichen nicht mehr. Oh Mann. Nein. 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 Nein, 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 nein. Boah, betit die Pfeile, die Spider. Oh Gott. Oh, da oben ist er. Das steht mir schon... Ach ja. Oh, das ist übelst gemein. Was? Wie bist du denn? Du bist schon wieder da runtergekommen. War ja noch nie woanders, Paulus. Hey, du warst doch nicht mit oben? Nein. Doch, du hast mich doch wie weit. Ja, ich habe die geweift, aber da habe ich mich einfach wieder runtergesprochen. Warum das denn? Weil da unten noch zwei Obst und ich die zwei Obst haben wollte. Ah, du gierige Elster, du. Aber ich glaube, du musst mir da helfen. Das ist was für Teamwork. Oh, du haste Teamwork. Komm mal jetzt runter. Da stein. Sprühe doch einfach auf die Plattform. Mach ich doch. Die ist zu klein. Du kannst von hier auf, von den großen Pilz, kommst du schon auf die Plattform. Ah, scheiße. Ich weiß, diese Pflanzen. Die sind auch so übelst unnötig overpowered. Das ist so dumm, ich habe mit dem Enterhaken, ey. Oh, ich habe es geschafft. Was? So bin jetzt auch oben. Oh, super. Dieses Drecksvieh eines blöden Kobolds. Den hast du natürlich übersehen. Du hast doch einen Kämpfer, was haust du ab? Ganz gefährliches Mitarbeiten. Was soll das heißen? Sagt der, der einen Kobold vergessen hat, der mich gekillt hat? Ja, wenigstens kill ich hier irgendwas. Ich habe dich auch lieb. Guter Plan. Und ciao. Weißt du, wenn übelst die geilen Explosionsfässer gewesen, so, ne? Hello, ich kann den dicken auffangen. Hier so. Wo seid ihr denn schon wieder? Du, ich kam nicht dazu, irgendwas für Explosionsfässer zu machen, weil die ganze Zeit Feinde mir entgegen kam. Hier, Lebensdrang. So viel zu meinem Lebensdrang. Wolkenzern hat viel gebracht. Ey, die anderen Charaktere sind alle voll. Na gut, so geht's auch. Du musst mit hier oben sein. Na, ich fahr da, bis ich mich rüber teleportieren will. Ich brauche aber den Zauberer! Schreibe dich an, ich bin sensibel. Du dreckiges Miststück. Du bist aber auch heute einer. Das habe ich nicht gesehen, dass das Gift war. Ich habe 5 Meter davor gesagt, ich brauche den Zauberer. Ja, du brauchst den Zauberer, aber was heißt das denn mit Gift? Was hat das denn damit zu tun? Das heißt allgemein, dass ich den Zauberer brauche. Ja, toll. Und ich habe vorher gesagt, ich brauche dich da oben. Das hat wohl einen Grund, oder nicht? Tö? Tö? Schreibe dich an, ich bin sensibel. Kann ich auch mal ansagen. Immer eine unpräzise Anforderung stellen. Ja, immer doch, weißt du doch. Och, Manu. Ha, ha. Savage. Instant Karma. Da, guck. Siehste? Ich weiß gar nicht, warum du gestorben bist. Hier ist doch nichts. Nö. Ach, komm, geh weg. Lass dich vom Kobold killen. Weiß nicht, ich bin derjenige, der die Kobold killt. Ach, Manu. Warum ist hier immer so eine Müllkacke? Kade, nicht zum Tauchen. Tja, ich kann es nicht umleiten, leider. Brauchst du einen Stein. Ah, schade. Ist da was? Nö. Schade. Hätten sie wirklich mal da was hin tun können, also echt. Vermutlich war da oben oder was. Nee, glaub ich nicht. Was nicht? Oben müsste irgendwas sein. Hii. Ein Sammler-Objekt. Die Pilze der Finsternis. An das Wassersfall. Da können wir ruhen. Schlaf hier bei mir. Nichts wird dir was tun. Oh. Was? Ah, schwimmen. Oder auch nicht. Nope, hier geht's weiter. Äh. Ich hab mich schon von einem Unterwasser-Level gefreut. Ich bin nochmal kurz einen Moment weg. Jo. Ja, stimmt. Wir sind doch schon am Strand. Wir sind doch quasi schon unter Wasser-Level. Was laberst du, dass wir das Spiel noch nicht zur Hälfte durch haben? Warum hätte ich für die hässliche... Boah. Sag das nochmal, junger Herr. Du bist so tot. Ich kann im Pfeil in den Wasser schießen. Das ist ja geil. Bist du ein Miststück? Bist du ein dreckiges Miststück? Ja. Ja, ich komm raus. Haha. Du Steck. Alter. Oh, das war gut. Haha. Hihi. Das hast du davon. Oh nein, das ist Mr. Krebs. Ist das Spiel eigentlich wieder zu weise? Oh, da könnte ich gleich fangen. Wenn... Der Arme. Ich mach' den wirklich kaputt. Ah, nee. Ein Morgenstern. Der deinen... Wie gemein war das denn jetzt, bitte. Na, wenn ich trägt. Oh. 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 Da ist ne Tür. Ich hätt' gern wieder unsere Ringe, wo wir so unentschränkt tauchen konnten. Ich lieg' am Stand. Das war ein Stück Fischhaut übrigens. Was? Du? Nein. Das Ding, womit du so lange unter Wasser atmen konntest. Ach so, hieß das Alte? Ja. Ah. Schummelst du hier schon wieder mit deinen Plattformen? Ach, schade. Ich komm noch nicht bis rüber gesprungen. Also ich hab' schon unter Wasser geguckt, ich habe nichts gefunden, außer einer verschlossenen Tür. Wie gesagt, ich vermute mal... Was tun sie... Das hängt damit zusammen... ...vermuten? Dass das damit zusammenhängt, dass wir noch... Äh, schieß mal da oben bitte auf. Ich bin schon aktuell dabei. Ich bin schon aktuell dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich höre schon wieder Goblins. Ja, dann kümmere dich doch mal um die. Äh, verdammt, das ist ein großer Kubold. Dann... Ah, hier sind aber noch mehr als ohne... Oh, ich kann sie alle einkökern. Na dann... Was... Was machst du denn dann so einen Stress? Serious? Nein. Loil, der hat mich einmal und ich bin tot? Ja. Krass. Warum hast du ihn ausge... befreit? Hab' ich gar nicht. Doch, hast du. Nein, das sah nur so aus. Du hast mit deinem... Du hast mit deinem Exklusivfall drauf geschossen und da bin ich darauf befreit. Und tschau mit V. Hey, ihr schwebt was, lol, weil mir schwebt so ein Koboldhelm grad in der Luft. Das ist schon witzig. Meist du jetzt schon mit Kobolden auf mich? Ich schwamm den einfach vor und immer mal losgeschmissen. Kannst du hier mal die Kiste bitte nehmen? Ich kann sogar die ganze Plattform nehmen. Aber die Kiste ist, glaub ich, lukrativer. Ach, Mann. Guck mal, da ist noch ein Ding. Ja, ne, bin ich ja... So, siehste? Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, nein, ich soll nicht. Als ob ich sowas mit Absicht machen würde. Wenn du jetzt mich hier wieder anfängst, so übel zu trollen, ne? Ich schmeiß dir sowas von ein... Ich. Ich und dich trollen. Wann hätt' ich dich denn jemals getreut? Ach, nie. Du trollst mich nie. Du kannst sagen, ich bin doch der beste Mitspieler, den du gewünscht hast. Ich werde dir nie verraten, wie wir in Borderlands in das Tiny Tina DLC kommen. Ne. Ich könnte das auch einfach selber mal googeln, ne? Oh Mann. Gönn mir doch allen was. Ich kenne dir so viel. Ich habe das auch, wie gesagt, immer noch nicht gegoogelt. Guck dir auch nicht unter den Rock gerade. Hä? Ein perverser Zauberer, du. Ja, eben nicht. Aber was? Ach, Mann. Das für dich springen ist schon wieder sowas ungewohnt. Ah, okay. Loy. Oh, ja. Natürlich ist da ein Todesstern. Oh, ja. Eine Kiste. Oh, ja. Eine Kiste. Eine Kiste. Oh, ja. Ich komm. What? What? Äh. Überforderung. Ich muss hier mal kurz raus. Ha! Was? Ja. Oh. Ein Sammlermelde. Hooray. Ich habe ein Level aufstieg. Wirst du wieder etwas zu fett, damit die Brücke eingerissen ist? Äh. Ja. Kleine Stickerchen. Tja. Ach, nö. Das ist ja doof gemacht. Loll. Das ist ja richtig. Ach. Da ist der Herr. Wieso kannst du mit dem Zauberer und endlich lange atmen? Kann ich nicht. Ich habe doch einen Zauberbalken da. Bei mir ist der da kein Balken. Der ist so ein hungriger Fisch. Der mag dich. Der Lampenfisch. Mhm. Wie hat Dori die Lampe genannt? Welche Lampe? Die Lampe vom Lampenfisch. Au! Vom Anglerfisch? Ja, vom Anglerfisch. Wer hat wie? Hä? Im ersten Teil vom Anglerfisch. Ich geh mal für den Nemo. Äh. Ich trinke mal die Kugel. Die ziemlich qualvoll. Also ich kann dir sagen, einen Kobalt hast du schon vergessen. Ich hab die jetzt gerade erst eingefunden. Ach ja, ist das schön hier. Das Rätsel kann ich mich tatsächlich sogar noch erinnern. Also es ist eigentlich kein Rätsel, aber... Nein, nicht kaputt machen, du Idiot! Du... Boah, Mann! Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, das da hinzurollen. Woher soll das denn? Das muss nach unten. Okay. Zu der Tür. Zu der Tür? Na hier. Oh, da hast du sie schon kaputt gemacht. Das habe ich da unten schon alles kaputt gemacht. Ach, da war nix mehr. Lol, das hat dich jetzt gekillt. Die Pflanze. Ach so, ganz wieder. Na los, guck, wo es weitergeht. Ach, ohne den Zauberer komme ich da nicht hoch. Ach, machen wir jetzt Luftlinie. Ich meine, ich habe so viele von diesen tollen Fässern. Wer weiß, dass da eine Wand ist, die du sprengen musst. Ja. Wie ist das doof? Das zündet das nicht an? Doch. Okay, dann habe ich die ganze Zeit nicht dran gehören. Die Leute, was blockiert denn gerade die, das Flammen-Ding? Ich glaube, eine deiner Brücken, die du mal gemacht hast. Ob da oben ein Secret ist? Ich weiß es nicht, aber ich will das rausfinden. Ich mache da mal die Musik nochmal einen ganz kleinen Ticken lauter. Das ist einfach mal unser Brückenbauer hoch 10. Unser Profi-Brückenbauer, der es nicht packt, die Brücke zu bauen. Hey. Was denn? Ich sehe keinen Fortschritt. Und da oben ist halt auch gar nichts. Hier wollte ich jetzt grillen. Das ist doch egal. Tschüss. Na, danke. Oha! 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 Das war not even close! Fly me to the moon. Oha! Ist da was drinne? Nope. Warte. Oh fuck. Das sind ja Igel. Das sind ja Igel. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Ich wollte schon immer eine Kokosnuss haben. Gib mir die Kokosnuss. Bist du ein Ritter der Kokosnuss? Ja. Wo soll ich denn die hinkriegen? Warte, 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 warte. Nein, 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 zu weit, es war zu weit. Sorry, ich hol sie wieder zurück. Oder auch nicht. Ah, ja, ich sehe es. Ähm. 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 Du musst runterrollen. Gerade runter. Du musst hier runterrollen. Ich hab die einzige Kante gefunden, wo er stehen bleiben kann. Das ist äh, Talent. Ach. Wir wissen doch, dass du Talent hast. Ist jetzt schon unten? Ja, kommt da doch schon. Meine Güte. Bist du wieder ungeduldig? Na, natürlich. Du jagst mich ja die ganze Zeit in die Luft. Ach komm, jetzt hab ich mal nicht so. Aber sowas von. Ich hör wieder nur Mi, 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 Mi. Aha. Warum Aha? Weil das grad mega witzig klang, wo der Zauberer sich vor der Morene erschreckt hat. Oh, lol. Da ist auch noch ein Ob, die wir nicht haben. Ein Sammlergericht, ich lese es vor. Okay. Das Schloss am Meer. Meine Schwester ist süß. Und sie ist zu fein. Aber sie ist nicht stark. Ich sollte Königin sein. Boah, das ist ja gemein. Ist das hier sicher? Dein Zauberer ist manchmal so eine Mimose. Ah, schade. Hat nicht gereicht. Okay. Wo bleibst du? Bist du untergegangen? Ich hab gerade gesehen, dass ich ein Freischaltding hab. Ah, haha. Ui, 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 ui. Schade. Das wär fast gut gegangen. Schade. Was ist los? Was ist los? Das ganze dunkelkackdöns. Schade. Was ist los? Och. Sogar ils, im Test. Und jetzt. Einmal Magatha Caystiro.